Herzlich Willkommen zum heutigen Video und heute geht es mal nicht einfach um ein Tutorial über Tipps und Tricks im Internet wie ich das sonst mache sondern heute möchte ich eine ganz klare Produktempfehlung abgeben. Wer meinen Youtube Kanal kennt der weiß ich bewerbe nur Dinge von denen ich wirklich überzeugt bin. Genau genommen ist das das zweite Produkt was Internet Marketing anbelangt das ich überhaupt bewerbe. Nach dem Video Maker FX kann ich jetzt eine ganz klare Verkaufsempfehlung aussprechen für das neue Produkt von Ralf Schmitz nämlich die 17 Traffic Strategien für Unendlichkeit Traffic. Also ich sage jetzt mal so für wen ist dieses Produkt geeignet. Garantiert nicht für jeden das muss ich mal gleich vorweg sagen. Nicht geeignet ist dieses Produkt für genau die Leute die das Facebook mit irgendwelchen Möglichkeiten zu spammen. Also für Leute die im größt wachsenden Markt der Welt sind mit dem besten Verdienstplan. Für Leute die sonst nichts drauf haben als überall solche Nachrichten rein zu posten. Für Leute die keine Blogartikel schreiben die keine Videos mit Mehrwert erstellen. Für solche Leute ist dieses Produkt garantiert nicht geeignet. Also da rate ich ganz konkret ab von einem Kauf aus dem Grund weil sie mit diesem Produkt überfordert sind. Mit diesem Produkt lernen sie wie man auf Mehrwert Traffic bringt und nur so funktioniert das. Darauf baut dieses Video auf. Also wenn sie heute jemand sind der bereits einen Blog hat und vielleicht mehr Besucher drauf hätte der Artikel über seine Erfahrungen über Tipps und Tricks zum Beispiel veröffentlicht. Für solche Leute ist dieses Produkt. Wer Videos erstellt der eben wie schon gesagt Tipps gibt der Berichte bringt die interessant sind für so jemanden ist dieses Produkt. Wer auf solchen Artikel und Videos mehr Klicks oder Besuche erreichen möchte da kann ich ganz klein empfehlen da ist dieses Produkt genau für sie geeignet. Es geht hier absolut nicht um Pay Per Click es geht nicht um Facebook Pay Per Click es geht nicht um Google AdWords oder sonstige Pay Per Click Dinge ich bin absoluter Pay Per Click und dann klickt man einfach hier oben durch und hier hat man Traffic Strom 1 bis 10 hier drüben Das ist einfach nicht mein Ding und es geht auch in diesem Produkt nicht um solches Pay Per Click. Also ich kann nur eines sagen als ich hier die erste Traffic Strategie bereits aufgerufen habe. Ich zeige es Ihnen jetzt mal kurz. Ich zeige jetzt nichts im Detail ich bin hier drinnen im Produkt steht hier herzlich willkommen und dann klickt man einfach hier oben durch hier hat man Traffic Strom 1 bis 10 hier drüben ist 11 bis 17 und bei 1 bis 10 Entschuldigung beim ersten Strom sind wir schon richtig die Lichter aufgegangen. Denn ich kann durch diese Technik die so furchtbar einfach ist aber auf die ich niemals gekommen wäre kann ich meinen bestehenden Content vervielfachen und ich kann tausende zusätzliche Besucher mit wenigen Klicks generieren zwar jetzt nicht in einer Woche aber es wird in einiger Zeit passieren das ist der absolute Hammer ich wäre nie drauf gekommen und dieser Faden der zieht sich auch durch die anderen 17 Strategien da sind Dinge dabei da fragt man sich wie kommt er denn überhaupt drauf da fragt man sich wirklich wo hat er das her denn wer mich kennt der weiß auch dass ich mich sehr viel auf den amerikanischen Markt umsehe und selbst dort habe ich nie solche Tricks gesehen wie er hier verwendet also eine ganz klare Kaufempfehlung von mir wenn sie seriöses Marketing betreiben oder in Zukunft betreiben wollen ansonsten bitte Finger weg wenn sie einfach nur MLM Möglichkeiten auf Facebook spammen. Das kann ich dazu sagen und ich möchte eines sagen wenn sie sich jetzt für Traffic interessieren für ihre Seite für ihre Videos dann kaufen sie den Kurs jetzt indem sie auf den Link unter dem Video klicken ich muss dazu sagen das ist mein Affiliate Link aber wenn sie ihn über meinen Link kaufen dann bekommen sie oben drauf von mir noch zwei zusätzliche Traffic Strategien dazu die ich seit Jahren nutze und auch mit Erfolg also alles was sie bisher auf meinem Kanal sehen auf meinem Blog sehen habe ich im Prinzip durch diese zwei Traffic Strategien erreicht die ich ihnen gerne als meinen persönlichen Bonus dazugebe schreiben sie mir vielleicht einfach auf Facebook eine Nachricht posten sie mir den Beleg rein machen sie nur einen Screenshot dass sie es über meinen Link gekauft haben und dann sende ich ihnen meine zwei Strategien noch oben drauf dazu ja jetzt wünsche ich ihnen eine gute Entscheidung und ja wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wiedersehen.